Die Frau Doktor öffnete die Tür des Streifenwagens. Steigen Sie bitte aus? Die Nicole hob nicht einmal den Kopf. Ich setze mich zu ihr hinein. Wartet nur noch einen Moment, ihr könnt gleich wieder fahren. Sie ging um das Auto herum und setzte sich neben die Nicole. Gasperlmeier lehnte sich, ebenso wie die beiden Kollegen, an das Auto. Heiß ist's, sagte der Große. Aber nicht mehr lang, fügte der andere hinzu. Morgen soll es einen Wettersturz geben und, weißt du, wenn's Mitte August einmal kalt wird, dann... Gasperlmeier hatte wenig Lust, am Smalltalk über das Wetter teilzunehmen. Wie ist es denn so? Mit ihr, flüsterte der Kleinere und wies mit dem Kinn in Richtung der Frau Doktor. Die ist ja ganz schön scharf. Was? Gott sei Dank wurde Gasperlmeier einer Antwort enthoben, denn die Frau Doktor stieg wieder aus und auch die gegenüberliegende Autotür öffnete sich. Mit gesenktem Kopf stieg die Nicole aus. Die Frau Doktor atmete auf. Gott sei Dank hat sie Vernunft angenommen. Ihr könnt fahren, Kollegen. Wenn ihr meint. Der Größere zuckte mit den Schultern und ließ sich in den Fahrersitz fallen. Er gab so kräftig Gas, dass eine Staubwolke auf das Trio niedersank, das noch am Vorplatz des Hauses stand. Depp, kommentierte die Frau Doktor. Der Größere zuckte mit den Schultern. Der Größere zuckte mit den Schultern.